Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Howdy, Partner. Es ist mal wieder Westernzeit hier beim Tele-Stammtisch. Ich bin Sheriff Christopher und an meiner Seite Deputy Lasse. Howdy, Partner. Ja, so uramerikanisch wollen wir aber gar nicht werden, denn man kann schon behaupten, der Western, mit dem wir es hier zu tun haben, ist ein richtiger Arthouse-Western, denn Regie und Hauptrolle hat ganz genau Aragorn himself Viggo Mortensen zu verzeichnen. Wir reden von The Dead Don't Hurt, der am 8. August in die Kinos kommen wird. Neben Viggo Mortensen sind außerdem auch noch Vicky Creeps, Solly McLeod, Gareth Dillahunt, Danny Houston und viele andere mit von der Partie. Und Lasse, was erwartet uns in The Dead Don't Hurt? In The Dead Don't Hurt erwartet uns eine Geschichte, die in den 1860ern spielt, in Amerika. Und es handelt von der Franco-Kanadierin Vivienne LeCoudy größtenteils. Und davon, wie sie Holger Olsen kennenlernt und mit ihm zusammenkommt. Und von ihrem gemeinsamen Leben, aber auch von Holgers Leben nach dem Tod von Vivienne. Denn der Film beginnt mit ihrem Tod und danach springen wir in der Handlung hin und her und beleuchten deren gemeinsames Leben, aber vor allem Vivien's Leben allein. Denn sie ist die Hauptrolle und Viggo Mortensen ist nicht die ganzen Filme über anwesend. Und ja, es geht letztendlich um diese beiden Charaktere, um das Verhältnis dieser Charaktere zu ihrer Umgebung, zu der nahen Stadt und zu einigen zwielichtigen Gestalten, die dort sind. Und letztendlich ist es ein sehr, ja, zwischenmenschlicher Film. Ganz genau. Was anderes hätten wir bei Viggo auf dem Regiestuhl auch nicht erwartet. Das ist ja schon seine zweite Regiearbeit. 2020 hat er den Erstling vorgelegt mit Falling. Ein Drama, wo es darum geht, dass ein Vater die Homosexualität seines Sohnes akzeptieren muss. Wenn ich recht entsinne, ich habe den nicht gesehen. Hast du den gesehen? Ich auch nicht, aber es geht, glaube ich, dort auch um Alzheimer, um das Alzheimer seines, der Vaterfigur. Wenn ich das richtig noch auf dem Schirm habe. Ich musste überlegen, ist das seine erste Regiearbeit? Aber nein, es ist hier tatsächlich in diesem Fall seine zweite, aber halt der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Ganz genau so ist es bei mir auch. Und genau, Viggo interessiert sich nicht für die Klischees. So viel sei schon mal verraten. Also, wer hier die klassische Western-Romantik sucht, der dürfte ein paar Wochen danach mit Kevin Costner's Opus Horizon vielleicht besser bedient sein. Denn The Dead Don't Hurt erzählt Geschichten über Menschen, die, sagen wir mal, ihr Säckchen zu tragen haben. Die vom Leben gebeutelt sind, die neu anfangen wollen, denen aber das Schicksal wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und die trotzdem irgendwie versuchen, nach dem Silberstreif am Horizont zu greifen. Und er erzählt das dementsprechend auch in einer sehr betulichen Art und Weise. Das ist man ja in diesem Genre gewohnt. Mal mehr, mal weniger. Es gibt auch Western, die sind eher spannungsorientiert. Hier jedoch steht ganz klar das Verhältnis der Figuren zueinander im Fokus. Und das Tempo, das ist etwas, da muss man sich drauf einstellen. Wie hat dir genau die Erzählweise und das Pacing so gefallen? Ich hatte mit dem Pacing keine Probleme. Ich war anfangs ein bisschen verwirrt von den Zeitsprüngen, weil diese nicht wirklich als solche signalisiert werden. Es dauert ein paar Minuten, bis wir quasi den ersten Flashback machen. Und Vicky Krebs war für mich in dieser Szene schwer zu erkennen als die Figur, die wir in einer der ersten Einstellungen sehen. Und deshalb dachte ich, Moment, wer ist das jetzt? Und da dachte ich, oh, ist sie das? Oh, ist das ein Flashback? Weil der Großteil des Films ist eben in diesen sehr, sehr langen Flashbacks erzählt. Aber diese werden nicht wirklich rauskristallisiert. Nicht mit irgendwelchen Texteinblendungen, nicht irgendwie dadurch, dass sich das Format ändert oder die Auflösung oder die Farbgebung. Und das hatte mich anfangs ein bisschen verwirrt. Aber dann konnte ich mich sehr schnell darauf einlassen, weil dann sehr viel deutlicher war, okay, das ist jetzt dieser lange Flashback und jetzt sind wir wieder dort, wo wir eigentlich angefangen haben. Und ja, der Film macht auch von Anfang an kein Geheimnis daraus, was für ein Tempo er vorlegen will. Denn gerade am Anfang arbeitet Mortensen mit sehr, sehr langen, gemäßigten Kameraeinstellungen. Und das fand ich sehr, sehr schick. Gerade halt, wenn du im Prinzip ganz am Anfang hast einen brutalen Shootout. Und das ist alles ein langer, ruhiger Take. Und das fand ich alles ziemlich gut. Und ansonsten ist es sehr dialoglastig in einigen Stellen, aber auch nicht zu sehr. Die Dialoge sind sehr auf das Nötigste reduziert. Und es ist vor allem sehr viel Stille dabei, sehr viel Atmosphäre. Und du hast schon angesprochen mit Arthouse-Western. Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass du das sagst, weil ich finde, der Begriff ist ja inzwischen so ein bisschen vermainstreamt. Und ich würde es nicht komplett wirklich als Arthouse-Western betrachten. Das ist einfach nur ein sehr, sehr ruhiges Drama, weil es wird wirklich nie zu abstrakt oder merkwürdig, dass ich jetzt sagen würde, oh, das verdient den Arthouse-Stempel. Ich kann aber verstehen, warum eine Person das vielleicht teilweise als solchen einstufen würde. Ich würde auch nicht Arthouse-Western sagen von der Art und Weise, wie der inszeniert ist oder ob der irgendwie da stilistische Ausreißer hat oder irgendwas Verrücktes wagt. Es war in erster Linie, habe ich den Begriff benutzt, jetzt wegen dem produzierenden Studio und eben wegen Viggo Mortensen als treibende Kraft dahinter, der sich ja niemals komplett vom Mainstream einspannen lässt. Auch wenn er hier und da an kommerziellen Arbeiten zu sehen ist, sind doch immer eher solche Werke sein Zuhause, was ich ihm auch nach wie vor hoch anrechne. Also der Mann verweigert sich stets den Easy Paychecks. Das ist wirklich lobenswert. Ja, und er weigert sich auch, in eine Box gesteckt zu werden, was ziemlich cool ist. Ich weiß noch, nach Herr der Ringe hatte er ein bisschen diese Phase durchaus, weil es folgte dann ja Hidalgo, wo er zwar auch keinen unbedingt typischen Helden spielt, aber das war dann auch wieder halt so ein bisschen Abenteurer mit viel Reiten und schwägerische Musik und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist es immer schön, dass er Projekte wirklich wild wechselt und dass Aragorn definitiv nicht die Art von Rolle ist, die typisch für ihn ist. Ja, so eine richtig typische Rolle für ihn gibt es ja eigentlich gar nicht. Man schaue sich nur mal seine ständigen Kollaborationen mit David Cronenberg an. Da ist keine Figur wie die andere, überhaupt nicht. Da habe ich auch direkt dran gedacht. Und vor allem war für Aragorn ja sogar nicht die erste Wahl. Muss man ja dazu sagen. Die Rolle haben sie aus Versehen zu jung gecastet mit Stuart Townsend und dann haben sie Viggo Mortensen allerletzte Sekunde angerufen. Und das war ein Glücksgriff in dem Fall. Und lustigerweise gibt es hier eine Herr der Ringe Anspielung in diesem Film. Oder ich weiß nicht, ob du sie bemerkt hast. Also ich war hauptsächlich vom Cast abgelenkt, wer hier alles zu sehen ist. Da hat Viggo doch wirklich ein beachtliches Ensemble an Charakterdarstellern zusammengetrommelt. Aber das ist mir nicht aufgefallen. Was war es denn? Es gibt diese Sequenz und das sind die Momente, wo es vielleicht ein klein bisschen Richtung Arthouse geht. Es gibt diese Fantasy-Sequenzen oder besser gesagt Träume, die aber sehr unaufdringlich sind von einer jungen Vivienne, wie sie sich einen Ritter im Wald vorstellt. Und an dem Sattel des Pferdes dieses Ritters ist ein Schwert befestigt. Und dieses Schwert ist Anduriel, welches Viggo Mortensen höchstselbst in die Rückkehr des Königs führt. Wow, dass der sowas machen würde, hätte ich nicht gedacht. Ja, ganz genau. Das war ein bewusstes Easter Egg tatsächlich. Er wollte noch nicht mal einen Aragorn-Kameo in der Hobbit-Trilogie. Und dann macht er in seiner Regiearbeit... Das ist echt cool, weil es ist so etwas, was nicht irgendwie groß auffällt. Es ist einfach nur so etwas Nettes für Fans, dass sie das dann bemerken. Das finde ich richtig schön. Ja, aber Cass, du hast absolut recht, weil ich wusste nicht, wer vorher mitspielt. Ich hatte aber erst vor ein paar Tagen einfach so zufällig über Danny Houston nachgedacht. Und dann tauchte er in diesem Film auf. Und ich dachte, ach, guck an. Und einige andere habe ich auch erkannt, aber ich wusste nicht, von wo. Und ich dachte ganz lange, die Figur von Weston Jeffries, ich dachte erst, das wäre Jack Rayner. Ich finde, der sieht ihm ein bisschen ähnlich. Jack Rayner, mögen einige vielleicht kennen aus Transformers 4 und, ähm, ich glaube, Shooter, ähm, nee, nicht. Wie hieß er? Free Fire, glaube ich. Ach so. Denk dann erst an ihn dann mit Sommer. Aber ja, klar. Ah, oh ja, 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 stimmt. Da ist er auch drin. Ja, du hast recht. Und ich hatte Garrett Dillahunt erkannt als Alfred Taffries, aber ich wusste auch nicht, woher. Und ich dachte, woher kenne ich dieses Gesicht? Und das ist mir angefühlt, ach ja, ich kenne ihn aus Army of the Dead. Ja, nicht nur da, weißt du, Garrett Dillahunt hat sehr häufig Cowboys gespielt. Deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich ihn da gesehen habe als Jeffreys Vater. Weil auch bei Fear the Walking Dead spielt er ja nun mal einen Cowboy-Typen. Das war so On-The-Nose-Casting. Da hätte nicht viel gefehlt. Da hätte nur noch Timothy Olyphant zur Tür reinkommen. Dann hättest du die typischsten Western-Typen versammelt gehabt. Ja, ja, auch so jemand wie W. Earl Brown als Kendall, den Saloon-Besitzer. Den kennt man aus solcher Art von Rollen. Das ist auch so ein, das ist auch diese Art von Gesicht, wo man denkt, das sollte eigentlich mindestens in irgendeinem Cone-Brüder-Film sein. Aber SNL ist in vielen anderen Sachen in dieser Art. Von wem ich verwirrt war, war tatsächlich Vicky Krebs, weil ich die ganze Zeit dachte, kenne ich sie von irgendwo her? Und es stellt sich heraus, ich glaube, ich habe tatsächlich nichts mit ihr gesehen. Ich finde nur, und ich weiß nicht, ob du den Effekt auch hattest, ich finde, sie sieht extrem, und jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Meinst du auch eine französische Schauspielerin? Nee, tatsächlich nicht, eine britische Schauspielerin in dem Fall. Ja, da hat sie was von, absolut, da hat sie was von. Ich finde nämlich, wem sie ganz toll ähnlich sieht, sie sieht aus wie eine erwachsene Bella Ramsey. Das, echt, Bella Ramsey könnte man dann mal in Rückblenden casten in einem anderen Film mit ihr, wo sie die Kind- oder jugendliche Version von ihr spielt, das stimmt. Ja, würde passen, sie haben wirklich ganz ähnliche Züge. Ja, also ich habe mitbekommen, dass Vicky Krebs mittlerweile auch so was ist, wie eine im Arthouse-Bereich sehr häufig gesehene und gebuchte Schauspielerin. Sie hatte wahrscheinlich kritisch den größten Erfolg, Kritiker-Erfolg mit Der seidene Faden von Paul Thomas Anderson an der Seite von Daniel Day-Lewis. Das letzte Mal, dass ich sie bewusst wahrgenommen habe, war ausgerechnet in dem fürchterlichen Old von M. Night Shyamalan. Oh, ja, ja, den habe ich nicht gesehen, aber ich hatte durch ihre Filmografie geklickt und dachte, ah, okay, da ist sie auch dabei. Sie hat so einiges auf dem Kerbholz, ich habe nicht viel von ihr gesehen. Es ist in Anbetracht der Handlungen auch wirklich lobenswert, dass Vigo Mortensen ihr auch hier Top-Billing gibt. Also ihr Name wird im Abspann als erstes genannt und dann kommt erst Vigo Mortensen. Oh, ja, und das ist definitiv ihre Geschichte. Das mag man am Anfang vielleicht nicht denken, aber es wird sehr, sehr schnell klar, sie ist der absolute Fokus. Und das habe ich auf IMDb gelesen, also weiß ich nicht, wie viel dran ist, aber anscheinend war ursprünglich gar nicht vorgesehen, dass Vigo Mortensen diese Rolle spielt, sondern der eigentlich dafür vorgesehene Schauspieler sprang wohl sehr kurzfristig ab und dann schlug Vicky Krebs vor, ey, spiel du doch. Und da dachte ich, okay, wenn das stimmt, dann ist es interessant. Absolut, schon mal wieder springt er kurzfristig ein. Damit ist er ja mittlerweile vertraut. Aber ja, stimmt, es ist nicht nur ihre Geschichte. Es geht auch in dem Sinne, passt es auch sehr gut, was thematisch Mortensen hier im Mittelteil in den Vordergrund rückt. Weil wenn man den Trailer gesehen hat, ist das ja kein Geheimnis. Vigo Mortensens Charakter zieht in den Krieg. Und ihr, wo sie halt dann alleine auf der Farm ist, stößt etwas Fürchterliches zu. Und dann haben wir hier einen Fokus auf das, was man eigentlich im Western-Genre nicht allzu häufig hat, um genau zu sein, so gut wie nie. Nämlich eben auch die Situation von Frauen in dieser Zeit, womit sie sich rumschlagen mussten, wie viel Leid von ihnen einfach ignoriert wurde und was sie einfach schultern mussten, ob sie es wollten oder nicht. Und das nimmt eigentlich im Mittelteil hier den meisten Fokus ein. Ja, und ich bin sehr froh, dass das nicht so eine Art von Misery-Porn wird irgendwie. Jeder andere Regisseur hätte da garantiert den Fokus auf andere Sachen gelegt. Aber ich bin sehr froh, dass hier in bestimmten Momenten die Kamera einfach wegschneidet und einiges dann der Fantasie überlassen wird und dann andere Momente dafür umso mehr betont werden. Ja, weil sie muss halt zwanghaft jeden Tag ihren Peiniger ertragen. Also sie nimmt ja, um die Farm über Wasser zu halten, während er in den Krieg zieht, einen Job an in diesem Saloon, den es dort gibt. Und der Saloon gehört teilweise mit dem Vater von Weston Jeffreys, dem örtlichen Rüpel, der einfach alles macht, was er will. Und der geht da jeden Tag ein und aus, trinkt, benimmt sich wie ein Schwein und sie ist dort, arbeitet weiterhin, obwohl er eben so schrecklich zu ihr war. Und es ist gerade das, wie du sagst, man zeigt nicht die offensichtliche Gewalt, aber man rückt dafür umso mehr den Fokus auf den psychologischen Terror. Und das fand ich wirklich da sehr einnehmend. Ja, das hat mir in dem Sinne auch gut gefallen. Und ich fand es aber gut, dass dann der Film auch nicht übertrieben hat. Das wirkt ein sehr, es ist ein irgendwie sehr so stiller, beobachtender Film. Und auch ein sehr intimer Film, aber er zieht uns nicht zu sehr rein in diese ganzen Szenarien. Es ist immer so ein bisschen, so ein bisschen so leicht auf Abstand. Es hat fast so ein bisschen was von der Dokumentation hier und dort, aber auf eine gute Weise. Und dann haben wir im letzten Drittel dann schon eher wieder klassische Rache-Motive. Aber auch da, der Film schwingt sich niemals irgendwie dann dazu auf, ziemlich showy zu werden und hier die Rache besonders heroisch zu inszenieren. Also Mortensen bringt diese Themen rein, behält aber das Pacing und die ruhige Hand bei der Regie durchgehend bei. Und vieles wirkt dann immer relativ beiläufig, aber gerade das hat dann manchmal eine umso stärkere emotionale Schlagkraft, weil, wie wir ja schon bemerkt haben, er auch das Melodramatische weglässt. Wenn es dann zum Beispiel eine Diagnose vom Arzt gibt, dass seine Frau eben schwer krank ist und all das, das kommt, das wird dann einfach so eingestreut und das ist wirklich starker Tobak. Aber diese Zurückhaltung, die hat tatsächlich einen äußerst starken Effekt dabei. Oh ja, ja, das gilt für alle Sachen, auch vor allem halt für das mit dem Rache-Ding letztendlich. Das ist dann einfach etwas, was dann so, oh ja, und das hier ist übrigens auch noch zu tun. Aber nicht im negativen Sinne, sondern es wirkt einfach sehr gut dem Pacing und dem Ton dieses Films angemessen. Ja, und Nebenfiguren bereichern das auch wirklich stark. Also klar, wir haben den Fokus auf Vivian und Holger und wir haben die Figur von Weston Jeffreys. Aber mir hat vor allen Dingen auch Danny Houston, hast du vorhin erwähnt, als der Bürgermeister sehr gut gefallen. Der halt nach außen hin, das ist so witzig, weißt du, Politik ändert sich nie. Du kannst 100 Jahre zurückgehen, 200 Jahre zurückgehen, es ist irgendwie immer dasselbe. Du hast diesen nach außen hin sehr seriös auftretenden Bürgermeister von Danny Houston gespielt, der den Frieden wahren will, der dafür sorgen will, dass alle vernünftig behandelt werden, dass alle ihre Jobs machen, dass alles in der Stadt geregelt ist. Aber dann hängt er mit seinen Fingern da mit drin und dort mit drin und schützt Leute, die wirklich Drecksschweine sind und kassiert ordentlich ab und macht das alles so nonchalant, als wäre da nichts weiter Schlimmes dran, als wäre es halt Business, buchstäblich Business as usual. Ja, das war in dem Sinne auch eine gute Besetzung. Und auch ansonsten bei Leuten, die gar nicht viel Screentime haben, aber du hast da sehr markante Charaktergesichter auch in allen Geschlechtern vertreten, wo du dir dann denkst, oh, das könnten, in einem anderen Film wären das für sich genommen, dann schon interessante Charaktere, die eine eigene Geschichte haben. Das spürt man überall. Ja, das Skript habe ich jetzt nicht darauf geachtet, wer das geschrieben hat. Das ist auch von Viggo Mortensen. Und ich wäre in den Filmen, ich dachte, basiert das auf einem Buch oder sowas? Aber nein, tatsächlich nicht. Es fühlt sich an, als würde es auf einem Buch basieren. Ja, weil die Figuren so reichhaltig sind und weil diese, wie das miteinander verwoben ist einfach und wie lange diese Figuren sich schon kennen und die Dynamiken in diesem Ort, das hat wirklich was, das könnte aus dem Roman stammen. Da hat er wirklich sehr lebensnah geschrieben. Und es fühlt sich eben so an, als wäre das nur dieser kleine Abschnitt von einer sehr viel größeren Geschichte, was all diese Figuren angeht. Und vor allen Dingen auch noch, das habe ich im Abspann dann doch noch gecatcht, er hat nicht nur inszeniert, Regie geführt und geschrieben und die Hauptrolle gespielt, dein Lieblingsthema, er hat auch noch komponiert, da stand Composer Viggo Mortensen. Gut, das war ein sehr minimalistischer, zurückhaltender Western-Score, halt diese typischen Streicher und so weiter. Aber es hat zu der kargen Atmosphäre sehr gut gepasst und auch zu der häufig recht bedrückenden Stimmung. Ja, und dabei ist es nicht nur Ambience, es ist durchaus Melodiös und die Musik fühlt sich sehr authentisch an. Und das war ein Punkt, den ich vorher wusste, dass er tatsächlich auch die Musik geschrieben hat. Aber ich bin da ja auch in der Thematik drin und da kriege ich das dann mit auf den entsprechenden Foren. Aber entsprechend darauf war ich natürlich dann auch neugierig und ich finde, es sind sehr, sehr hübsche Stücke dabei. Ja, fand ich auch. Manchmal war es eben romantisch, manchmal war es eben auch, das ist dann überhaupt das Schwierigste. An vielen Stellen hat die Musik einfach auch das eingefangen, was diese Zeit bestimmt hat für ganz normale Menschen. Dieser unglaublich triste, dröge Alltag, wo wirklich der Tag aus nichts anderem bestand als Schuften. Halt, dass das Land wässern, die Wäsche, der Ort, das Vieh und so weiter, wie viel eigentlich klassische Western und auch moderne Western zugunsten der Unterhaltung oft auslassen, wie dröge diese Zeit eigentlich war. Und dass einfach das Leben da zu 99 Prozent überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und da bin ich immer sehr froh, wenn solche nicht sehr kommerziellen Western eben genau dieses Gefühl einfangen. Oh ja, ja, da stimme ich absolut zu. Und der Dialog fühlt sich auch sehr natürlich für die Zeit an, wie die Leute miteinander reden, vor allem eben wie das Paar miteinander redet und über was sie sprechen. Ähm, es fühlt sich alles, äh, ja, sehr authentisch und natürlich an, eben in der Art und Weise, wie sie dann ja auch Farbe mit in sein Leben bringt, dadurch, dass sie dann vorschlägt, pflanzt doch hier mal was an. Die Art und Weise, wie sie auch zwischen den unterschiedlichen Sprachen einfach so automatisch switcht, dass sie halt auch oft irgendwie was Französisches einstreut und so. Und es ist eben alles so fließend. Ähm, ich finde, das, das hat alles sehr zur Authentizität und zur allgemeinen Natürlichkeit beigetragen. Ja, da wusste ich am Anfang ein bisschen schmunzeln. Sie kommt auf seine Farm und bemängelt, dass da nicht viel Grün ist und er hat überhaupt keine Pflanzen. Weil in dem Punkt konnte ich mich absolut mit ihm identifizieren. Ich bin auch kein Pflanzenmensch und ich habe auch keine Pflanzen. Und das ist auch immer das Erste, was Leute bemerken, wenn sie bei mir reinkommen. Das war so komisch in dem Moment. Ja, ich habe auch keine Pflanzen, aber dafür ist meine Wohnung wirklich umgeben von Grün, äh, durch die Lage. Und das gleicht es dann aus. Ja, dann können wir, wenn du nichts weiter hast, auch zum Fazit kommen. Ich habe eigentlich sonst gar nichts mehr vorzubringen. Nö. Ja, es ist ein Western, der diese Thematik sehr ernst nimmt. Es ist ein Western, der zeigt, das Leben war rau, hart, aber trotzdem eben gab es da eben auch schöne Momente der Menschlichkeit. Und es ist ein Western, der sich auf die Fahne geschrieben hat, das Ganze eben realistisch, unprätentiös, nüchtern, aber trotzdem eben nicht frei von einer gewissen Härte und eben auch von einem gewissen Unterhaltungswert zu erzählen. Also, ich habe am Anfang, wie du ja auch gesagt hast, das Wort Arthouse-Western benutzt. Der Film ist in dem Sinne, viele Leute werden ja durch dieses Wort ernsthaft verschreckt, aber der Film ist in dem Sinne nicht in Anführungszeichen anstrengend. Der lässt sich schön gucken, weil er eben auch die nötigen Bilder hat. Mortensen nutzt halt auch die Umgebung sehr gut. Er erzählt eine Geschichte von Menschen, die einem zu Herzen geht. Und das Pacing hier und da, da kann man seine Probleme mit haben. Er hätte für mich auch ein bisschen kürzer sein können. Aber alles in allem gebe ich da eine ganz klare Empfehlung für Leute, die sowieso das Genre schätzen und einfach eben auch da etwas sehen wollen, was sich da den Klischees verweigert und eben einem etwas wirklich Echtes gibt. Ja, dazu kann ich sagen, ich finde, das ist eine sehr gute Regieleistung. Ich finde, Viggo Mortensen hat er sehr selbstbewusst, aber auch sehr behutsam inszeniert. Er hat ein gutes Händchen für Schauspielführung und hat das auch alles richtig gut gecastet, wie ich finde. Es ist ein, ja, reasonable, intimer, aber eben auch sehr sachlich und wie du auch schon gesagt hast, nüchterner Drama-Western, der sich vor allem auf die Charaktere konzentriert. Und als das, was es ist, finde ich, haben da alle Beteiligten ihre Sache ziemlich gut gemacht. Ganz recht. Wenn ihr also den Ritt wagen wollt, Leute, The Dead Don't Hurt ab 8. August im Kino. Und ihr könnt uns dann auch folgen. Den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Liked, abonniert, kommentiert, das wird immer gerne gesehen. Ich bedanke mich bei dir, Lasse. Danke dir. Howdy, Partner. Ja, Partner, wir spucken jetzt den Tobacco aus und dann reiten wir in den Sonnenuntergang. I'm a full of sun, come on. Ja, an dem Score arbeiten wir noch. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bang, 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 bang. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Danke. 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 Danke.